so willkommen zurück jetzt sind 28 minuten 40 für ich muss mir ein bisschen behalten mein name ist copenrich und ich spiele hier hat final fantasy 8 wie ihr klar ist unschwer erkennt ok ich sollte in seine tun verlassen und da ist ein zu groß geraten der schildkröte ok ein riesen roboter wie scheint und die zeit natürlich weiter so ich glaube da gibt es ganz gut ich bin mir gar nicht sicher der frage zeigen wir mal ein lager an hier blitz ist ganz gut das ist gut zu wissen dann kann er sein protest hat er viermal trofäe geschlagen ok ok so dann ähm ne ich habe nur noch nicht mehr von denen sind gerade schade ok dann müssen wir zaubern und ein paar blitze in den arsch schießen so hoffe das hilft jetzt oha was können wir tun naja dass die zeit gerade runter läuft ist nicht schön wer ist das hier wer ist das ok ne der hat den händchen ok wo ist das da der ist sehr schön ach jetzt habe ich diese serien oder so habe ich gar nicht ausgerüstet ok lass uns bloß abbauen ok jetzt habe ich gerade die tasten gefunden und er macht trotzdem noch an ich musste gerade die tastenkombination herausfinden wir hier in weiterweise bei der plätschischen war das so dass man die obersten tasten blätter zurück mussten da kommen wir können hier ist das so dass ich jetzt gerade die sticks rein drücken muss da gibt es leider nichts für das ist mir schon klar besser ist das ne so das geben wir den weg hier hoch den sie schon mal gesprungen ist ne falls wir uns erinnern ok er kommt uns hinterher ok er läuft immer noch ja wir haben keine zeit los das ist so richtig ok ich kann jetzt einfach wegrennen wir mussten das wieder betäuben sucht nicht möglich okay ich betäubte nochmal ach so sie war gerade dran da hätte ich jetzt das wäre krasselkottel holen müssen oder queselkottel oder so unversprechlicher so blitz hier oben dann und blitz ist sehr anfällig das finde ich gut ich habe davor halt ein paar mal gekämpft und mir blitz ergattert deswegen habe ich da ein bisschen mehr von das war nicht ganz cooles hier nochmal na da so ich brauche ihn wieder strahlen wir mal um ok das könnte wieder übel werden da die zeit ne der zeitdruck hier der weg ist ja nicht ganz kurz zum strand und so gewitter sturm aus in 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 dann ist es ja weiß ich weil er kommt schon wieder was ist da los bisschen belastet der pingel ich habe schon wieder mit ihr anstatt den dings zu rufen das ist ein bisschen zeit in anspruch hier sollte doch ausreichend hoffe ich doch zumindest wie wird er schon so die komisch jetzt kommt er kommt schon wieder ok nicht gut hat er uns den weg aufgeschnitten das so was hat er noch mal? ok Okay, ich bin auch noch nicht voll läuft, okay. So, sehr gut, ja, alles klar. Und weiter. Und er bewegt sich schon wieder, ja, alles klar. Nicht schön. Schöne Auto-Match. Sieht schon, Rückzug, verstanden. Alles klar. Oh. 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 so far wie war es sie haben mich nur behindert es ist nicht leichter in truppenführer zu sein ordnung gute arbeit wenn sie über ist er nicht wo sei fahrt los zum garten solange es noch hell ist nutzt eure freie zeit das war es dann für heute hey hey schon wieder dieser arsch er denkt nur an sich es hilft nichts lassen zu fuß gehen mann 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 da hätte einfach mal so ohne uns weg zu los blieb so die oder ich schwöre den meereswind der sucht nach der saust durch die stadt die stadt riecht nach salz und mein wagen ross der hilfe schild ist auch ziemlich verrostet passiert so ich weiß ich hätte das ringe können aber so ich weiß auch dass hier vorne dieser selbe und glaube ich verkäufer gekommen ach so okay was gibt es denn da ich glaube ich habe das denn ja denke ich glaube ich muss stark so wenn sie für trotzdem das gucken gegen mir hier kann ich die f koppeln und zwar die syrie fahrer die hat dann regiert okay dann mache ich die einfach mal wie die 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 nicht so aus ach so genau ich kann erst mal schnell gucken die haben jetzt gerade er ist dabei gf magie 20 zu geben wird aber auf körper k so schieber ist dabei 20 links nehmen wir auch körper k gefriede ist dabei hpk zu lernen gerhard noch nicht fertig syrien ist dabei magie 10 potenzialen das ist die gf magie wenn die magie von der gf stärker ist und ihr tag noch auch stärker hoffe ich jetzt einfach mal dann lasse ich das immer so drin ist auch als level 3 so mal aufgefüllt hier ich hätte echt dieses von dem einen entgegner auf dem sendeturm dieses doppelt hätte ich viel öfter unternehmen sollen von ihm wieviel hat er hier zwei sie hat hier kann ich alle zwei geben dass das so sehr schön so haben wir alle zwei das ist auch schon mal gut alles klar zum garten zurück ist doch hoch aber hier war doch irgendwo auch mal ein punkt zum speichern ich bin zu hause mutter also da ist ja was selten ist heute mit freunden das ist meine wohnung fühlt das ist mein zimmer niemand da frei der raum ist heilig also hallo passt bitte gut auf klar das sieht schon nix weil mich nicht nervt so da war zu fuß gehen hier können wir auch sprecher hier wollen dann sprecher ich hier und wird dann sagen dann werde ich hier wahrscheinlich ein klein wenig rum kämpfen und so ein bisschen hoch level und so weiter das werde ich dann nicht aufnehmen aber ich werde mal sehen vielleicht rennen wir einfach so durch dann muss ich mal gucken auf jeden fall bedanke mich bis hierhin schon mal zuschauen und so ne dann habt noch einen wunderschönen tag dann macht das beste raus sondern alles klar ihr wisst bescheid wir sehen uns zum nächsten mal dann